WONDER BOOSTY! WONDER BOOSTY! Unzählige Kommentare für 87 Aufrufe und ich möchte mich auch bedanken bei den Leuten, die kommentiert haben, aber gar nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Das sind unter anderem Leute, die auf der PS4 spielen, das sind Leute, die das DLC schon haben oder die vielleicht auch generell Rocket League gar nicht so oft spielen. Da geht der Dank auf jeden Fall raus an Kaktusskill, Blockbuster, Frodo, das fluffige Kevin und Elb-Präsidente. Danke, dass ihr abonniert habt, danke, dass ihr mitgemacht habt, obwohl ihr nicht gewinnen könnt. Aber jetzt kommen wir definitiv zum spannenden Teil. Aufgrund dessen, dass wir doch einige Kommentare dabei gehabt haben, die halt nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen können, habe ich jetzt ein neues Tool rausgesucht und habe da jetzt die sieben Namen eingegeben, die heute gewinnen können. Das ist Steven Glove, hab keinen Namen, kein Name, Bollibuzzer oder Balibuzzer, The Paladin, Jones7 oder Jones7 und Günther Schafrath. Wir quatschen schon wieder viel zu lange rum, ich will jetzt auf jeden Fall wissen, wer eines von den beiden DLCs bekommt. Es ist nicht ganz so spannend wie bei dem anderen Tool, Rommelwirbel habe ich glaube gar keine Zeit für. Ich sage einfach, viel Glück, es geht los. Gewonnen hat Balibuzzer, ey, du hast glaube den Yoshi als Profilbild, du gewinnst eines der beiden DLCs, ich setze mich definitiv mit dir in Verbindung, wir gehen einen Schritt zurück und losen jetzt das zweite aus, heißt für uns, Bally kommt raus, Gewinnchancen steigen nochmal und das zweite DC Superheroes DLC gewinnt. Hab keinen Namen, Digga, schon wieder? Herzlichen Glückwunsch, ich setze mich mit dir in Verbindung an alle anderen, bitte seid nicht traurig, es wird schon morgen, spätestens Samstag, wieder ein Giveaway geben, vielleicht sogar mehrere. Denn, wir haben die 50 Abonnenten geknackt, dafür vielen Dank und ich habe eine Frage an euch. Ich möchte wissen, welches Mystery Decal wollt ihr gewinnen? Wollt ihr Stormwatch? Wollt ihr Heatwave? Oder wollt ihr 20XX? Das schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie gesagt, neues Video folgt schon morgen, spätestens Samstag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für alle, die mich noch nicht abonniert haben. Hey, ihr seht schon, es gibt immer was zu gewinnen, da müsst ihr schnell sein. Also, abonnieren, Glocke drücken, Freunden Bescheid sagen. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, ciao. Und abonnieren, wenn wir uns gerade bald und jetzt nicht wiedersperrachen. Bis dann, bis dann abonniere ich, bis zumال.